moin zusammen kommt zur nächsten frage von let's play atlas ich bin ja dann warum rennen noch futter besorgen habe gesehen es hat sich wieder jemand angesiedelt da hinten die letzte siedlung ist verschwunden gewesen und ich habe sind nicht also ich selber habe in der zeit auf kämen mit meinem hinterhaken bis noch um experimentiert und habe das festgestellt was ich sehr nützlich fand gucken ob das mit den häschen auch geht also theoretisch ja man musste nur treffen na ja auf jeden fall man kann mit dem ding auf vier an sich ziehen und so und dann kam mir die nächste idee und zwar ob ich damit auch gegenstände anziehen kann und da habe ich folgendes gemacht ich futter mal kurz was suche mir noch mal wissen was fahren wir mal kurz raus sie fand ich sehr lustig sehr hilfreich vor allen dingen hier ist das selts ausgegangen ist noch ganz schnell neu ist es ist unser vorrat weg ich hatte aber auch sehr viele teile eingepackt und das ist jetzt meine eigene schuld gewesen immer preserving zeit sort konservierung seits in der kiste haben ach es kein platz mehr das kann natürlich alles weg schade drum aber wenn ich türen wir muss für so aber wir haben ein bisschen fisch das ist wir brauchen das kann man noch was schiff ich habe mir nämlich noch mal ein schiff gebaut aber vorher wo ich noch die bären bevor ich euch das zeige war er mal so ein experiment mit den teilen um da mal so ein bisschen was drauf rumzubauen ja name hat mich ganz drauf gepasst das ärgert mich auch ein bisschen aber ich kann den namen nicht ändern gibt aber jetzt ich meine es war jetzt ein update wo man etwas bekommt was man kaufen kann zum ändern des namens das hat wohl so wie sie es jetzt konzipiert haben nicht funktioniert so hier haben wir auch noch ganz viel preserving salt konservierungssalz und hier ist auch noch alles in ordnung später was denn lohnt sich das 6 uhr morgens das passt dann frisch der wind auf und ja das ist meine kleine neue errungenschaft mit einer kleinen kabine und zwei kisten für munition und feine und so was und werkzeug smith baue ich hier nicht drauf dann nehme ich nehme mal etwas mit das soll so ein bisschen experimente erkundungsschiff sein falls ich mal keinen bock habe mit dem großen mein gott das fährt denn da ist sehr furchtbar schiff umher zu fahren ich habe auch nichts drin außer eine fackel kam mir so die idee ich werde ab und zu mal ein bisschen was experimentieren ich hatte früher ziemlich viele varianten von dieser art und bauweise ganz durchgezogen hier nur oben wände unten hatte ich dann fässer und kisten zum transport und sowas und hier hat also einfach nur mal ein bisschen was anderes zum angucken dass das steuerrad hatte ich dann oben und so jetzt ist es so wir fahren mal raus das ding steuer ich alleine ich habe ja auch keine kiste für die versorgung der typen ich war den anker ist nicht so schnell das ding aber sehr wendig da braucht sich jemand sein schoner wie es aussieht oder eine brigantin schon was nächstes sieht aus wie eine brigantin dann müssen wir aber aufs meer denn mit diesem grappling hook kann man kisten dran ziehen wo ich sehr begeistert von bin weil ich sonst immer ganz nah ran gefahren bin habe es versucht aus dem schiff zu holen oder aber ich bin wirklich ins wasser gesprungen und habe die digga so raus geholt bisschen drehen müssen wir uns so wir hätten natürlich das schnelle boot nehmen können aber ach sehr toll ein bisschen stoff dann suchen uns meine kiste also es klappt wunderbar ich habe da gleich fünf sechs stück eingesammelt als ich das entdeckt hatte mit dem gambling gambling hook also es gab ein gedanke nach dem anderen ich hatte ich glaube ich hatte ein schwein haben oder mit dem enter haken gecash und habe das an mich herangezogen und kurze zeit später habe ich das damit größeren tieren versucht das klappt halt nicht die sind wirklich zu schwer fährt hatte ich dann ochsen hatte ich oder ein bullen oder was das ist hatte ich versucht resistanz nehmen wir natürlich ein bisschen erstmal und ja da bin ich auf die idee gekommen dass man doch vielleicht auch objekte kisten und sowas ran ziehen kann das soll traurig sehen ich weiß ja nicht wo ihr alle lebt aber bei uns hier stürmisch werden heute und morgen und mittwoch wohl auch noch bis mittwoch wohl ich hoffe es passiert nicht allzu viel hier in der gegend und so uns mal eine kiste so weit weg sind die nicht vom punkten von kiste tja jetzt mal eine findung schalten dürfte nicht mehr lange dauern da sind was der zone raus hier der insel richtig und dann schwimmen hier kisten rum und in den kisten sind auch immer ist natürlich auch mal gold rezepte die lieder für die akkordeon geschichten und ich hatte mir die patch nachrichten dadurch gelesen irgendwie haben die ziemlich viel aus den groß chips raus genommen an an planken rezepten und und bauteilen die besser sind als der standard und haben das in die schatzkisten und in die kisten gepackt die man hier wohl einsammeln kann so habe ich das verstanden weiß ich nicht genau jetzt müsst ihr aber bald eine auftauchen ich hoffe nicht dass sich ein geister schiff entging brause jetzt die tauchen ja gerne meinen gruppen auf hier ich fahre so langsam damit ich die nicht übersehen buche gott jesus maria muss das sein ich habe ich auch gleich ein beim ding hoch keine kisten zu sehen bloß kleiner freund die kisten ach hier ist das übrigens so dass möglich hatte das erst hier hinten gebaut da kam ich aber nicht zum steuerrad weil das hier enger wird dessen musste ich das somit ich bauen sieht aber auch besser ausfindig ich glaube da vorne war eine zweisegel hoch dann wollen wir mal gucken gefällt mir ganz gut das kleine schiffchen gefällt mir ganz gut das kleine schiffchen habt aber ganz schön wie viele spieler sind online 8 da ist frag da ist eine kiste da ist auch eine die dies wir nehmen die hier erstmal ich fahre mal ganz bewusst langsam dran vorbei so mal gucken da ist natürlich daneben ja ich muss die segel ich muss doch anhalten sonst da ist schon der erste hai ich glaube das nicht so weit weg ist nee hier habe ich das ist geil echt also da war ich richtig begeistert von zack 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 und vor allen dingen man öffnet die gleich damit auch ich habe da erst mal noch ein bisschen das ist ein paar ich habe das noch nicht 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 gekonnt So, nehmen wir mal wieder das eine an. Drehen aber gleich. Und nehmen uns mal die nächste Kiste vor. Da hinten war ja noch eine. Inklusive Hai. Also ich habe das Segel hier wieder so gebaut. Dass ich da einigermaßen von hier raus rankomme. So, da ist die nächste Kiste. Es würde mich mal interessieren, ob man auch auf Schiffe der Verdammten kommen kann. Zum Entern oder so. Ob da Kisten drauf sind vielleicht. Das würde mich mal interessieren. Aber da kann ich mit meinem Boot ja schlecht hinfahren. Denn dann bin ich platt. Dann nehmen wir uns mal die nächste Kiste vor. Ich war ganz begeistert. Ja, das ist ja auch nicht so weit weg hier. Bieren, Seagrapes, See, Seetrauben oder Seeweintrauben oder so. Fisch. Kann man den Hai auch können? Äh, 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 ne? So, Resistenz. Äh, na, fahren wir mal zurück. Ja, da drin. Okay. Okay. Wie. Wie. So. Du hast hinni. Wir müssten eigentlich mit Nullstellung gegen den Norden richtig gut segeln können. Da ist noch eine Kiste, aber da verzichte ich jetzt mal drauf. Ihr habt das ja gesehen. Das Prinzip. So, fahren wir mal wieder Richtung Heimat. Finde ich eine sehr gute Sache. Also wer wirklich da nicht geneigt ist, immer ins Wasser zu hüpfen, wie in der Kisten oder das immer so gemacht hat, das finde ich echt eine Erleichterung. Ich denke mal, das haben die auch gemacht, weil man dann, wenn man mit seinen großen Schiffen unterwegs ist, da hat man auch einfach nicht die Muße, immer von Bord zu springen. und 45 Grad das muss so reichen. finde ich eine sehr gute Sache. Und dann habe ich ein bisschen, ja, ich habe wieder Level angehäuft, versucht zumindest anzuhäufen. Ich bin noch nicht, also es ist schon, es ging voran. Und hat ganz gut geklappt mit dem Level, ich habe das mit den Bären zusammen gemacht, hier auf der Insel, einfach alles mögliche gekillt und ähm, wie alt bin ich jetzt? Jetzt bin ich 57. Naja, ich denke mal, bis zum nächsten Boden der Jugend werde ich meine Level wohl auch voll haben. Dann geht es nämlich los mit der Entdeckung wieder Discoveries, ich brauche 200 Stück, hatte ich ja, habe ich schon mal erzählt, letzte, letzte Folge. Und höher ansonsten, habe ich nicht viel experimentiert. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die YouTuberin. Whisperbird oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann euch den Link ja mal in meine Infobox packen, weil da gucke ich auch immer so ein bisschen... Was hat es letztes Mal Let's Play? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die hat auch mit Atlas angefangen. Die hat da links einen Privatserver. Und die macht das genauso. Da hatte ich das dann auch gesehen. Nachdem ich, äh, hier rumgefahren bin und rumgetuckert und, äh, mit meinem Grappling-Hook ganz stolz. Und sie macht das von vornherein ganz, ganz, ja, als ob das, das normalste der Welt war. Ich war ganz stolz, dass ich das entdeckt hatte. Und dann, bei ihr habe ich das gesehen, weil sie, äh, äh, hat einen Wal gekillt. Äh, äh, das ist die Monsters Burn Whale, oder wie der heißt. Und deswegen hatte ich mir das angeschaut. Und da hatte ich mir die anderen Folgen von ihr auch angesehen. Und... Da kam das bei raus. Jetzt werden wir wieder ein bisschen langsamer. Das sah gerade ganz komisch aus dann. Schatzkarten habe ich noch. Die muss ich auch noch einlösen. Da kriege ich bestimmt auch noch ein paar Level dann. Da könnten wir eigentlich dann auch nochmal hinfahren. Neitesnlicht So. So. Wie. 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 die eines auf der insel die in die richtung ist das war bei der nächsten folge es ist schon wieder ich wollte euch wirklich heute dieses mit dem grappling zeigen weil ich das wirklich sehr sehr hilfreich finde schwenk perfekt eingeparkt muss zwar nicht sein sowas aber ich finde das einfach schöner macht ein bisschen mehr her da ich hier auch player shops bauen will was hier nur so ein bisschen knapp ist ist der punkt wo man hier ankommen kann dann es müsste aber gleich so weit sein haben wir es ja das war der grappling hook sehr begeistert von und das war schon was ich heute in dieser folge zeigen wollte ach der ist jetzt wahrscheinlich ich habe den muss ich reparieren jetzt wahrscheinlich oder ist der heile ich habe einen zweiten mit gehabt also wenn man hier in ochsen nimmt zum beispiel immer lieber maß fährt falls der ochse krantig wird beim ochsen also der der wird nicht verletzt oder sowas man hat den dann nur aber man zieht sich dann zu ihm hin und da passiert nichts bei kleineren tieren ist es so bei schweinen wir suchen uns noch mal ein schwein ich zeige euch das noch mal da ist es so die zieht man an sich ran und ich schätze mal das geht auch mit leichen oder oder kann wir versuchen das mal ich lade mal meine waffe das war jetzt noch ich habe ja immer eine halbe stunde normalerweise angesetzt für diese folge können dass wir voll machen wenn ich ein bisschen komisch klinge so im nachhinein noch gesagt ich bin der cat gewesen die woche war auch zu hause das war auch der grund warum ich ein bisschen zeit hatte zum spielen und ja naja naja zu typen haben wir ein schweinchen so also ja das ist ein schweinchen und zwar wenn man das so macht dann kann man die an jetzt das bei denen geht es sich da das und die kann man sich ran ziehen die kann man auch die kann man auch mit sich mit zerren da sieht das so warum sie das gemacht haben weiß ich nicht genau aber die kann man auch wieder los das ich habe schon überlegt fürs 10 wäre das vielleicht nicht schlecht kurz bevor dieser punkt ist wo die bola sich löst könnte man ja eigentlich und könnte versuchen das tier fest zu hätten wäre man das während man das verletzt wieder und wieder bewusstlos macht so mal gucken ne das funktioniert also nicht ich hätte jetzt erwartet dass man das an sich ran ziehen und das zeug was da drin ist dass man das vielleicht ernten kann oder so aber das ist wohl nicht der fall gut dann haben wir das auch geklärt das mit dem dem themen diese idee die werde ich beim nächsten mal ausprobieren ich laufe mal wieder zur base zurück ja da kümmert sich nämlich company der will sich hier vielleicht sogar niederlassen ich weiß nicht wo die letzten hier hin sind die haben ihre zelt abgebrochen es war nämlich nichts dazu zum zum claimen oder so keine giraffen oder sowas dass die jetzt ohne herrchen sage ich mal hier standen eins muss ich aber noch machen ist noch ein paar bären sammeln noch haben wir immer ertrag ernte harvesting ist doppelt bis zum nächsten update machen sie das jetzt man sieht es deutlich kriegt man so viel bären aus ist nur futter für die hühner und die kühe und die und den bären auch wieder ein level mehr hier noch mal zwischen das reicht dann bin wir jeden tag einmal hier versorge und dazu spiele ich dann noch mal letzte woche oder diese vergangene woche jetzt hatte ich natürlich ein bisschen mehr zeit zum spielen und hatte auch wieder ein paar vorräte auf gestockt eigentlich könnte ich ja noch mal ein bisschen fleisch dazu muss ich nur kurz bisschen vorbereitung treffen ist noch geladen ist es gut zum ochse du bist fällig schande das ist mir vor ein paar tagen schon mal passiert sehr peinlich voll daneben geschossen obwohl ich davor stand und das war ein hase das hat geklappt ach genau da fehlt mir ein eine sache hat deswegen habe ich auch habe ich die da habe ich die whisper bird oder wie die heißt kennengelernt und zwar hat die eine methode gehabt tiere zu fangen zum zähmen zum zähmen die fand ich sehr interessant ich weiß nicht warum das hier das haben sie wahrscheinlich abgestellt schon weil das alles viel zu einfach wird dadurch aber die dame hat sich ein käfig genommen und die wollte die hat die züchtet pferde und sowas das ist wohl das macht ihr sehr viel spaß wohl züchten und so und dann hat die so ein käfig genommen und jetzt das geht hier auf diesem server die hat den dann übers pferd gestülpt so wie bei dem kann ich in dem bus das kann ich ja da war ich zu spät ne geht nicht da muss der wohl genau in der mitte sein dann ist dies dieses pferdchen ist dann hier drin gefangen im käfig du kannst das betäuben deine zähmungen durchführen und anschließend wieder betäuben so lange bis das pferd halt gezähmt ist das fand ich eine sehr interessante sache viele bauen ja diese boxen aus den bauteilen mit rampe wo die tiere reinfallen können und ziehen dann da ich werde mal eins machen ich werde hier mal ein käfig aufstellen mal gucken dass ihr mir so rein läuft die stellen immer hier so hin so mitten in so ein vater stellen hier mal so hin so machen wir mal die tür auf und dann sehen wir mal was da bei rum kommt da hat jemand lust auf pfeile darum kümmern wir uns jetzt nicht so wo ist denn der gute das scheint in dem doch zu sein wo steckst du oder ist der bei ihm hin und jetzt muss ich hier auch mal da ist er und jetzt erstmal luft holen uns den burschen erst mal unsere bolzen oder was das ist so dann holen wir noch mal luft ich habe auch eine tauchplattform an meinem tür fisch aufgehört ein fisch an meinem schiff aufgebaut ich möchte mal so ein schatz aufheben schätze da wären wir uns nächste woche drum kümmern bzw in der nächsten folge da geht es dann damit weiter ich wollte heute wirklich mal diese geschichte mit dem kräftigen gut zeigen weil das fand ich sehr hilfreich gut nach tief die fahren hier immer mal wieder lang banditen sind und deutsche dem anscheinend noch passen lassen zum ende mit dramatischem ende ja da würde ich mal sagen ich bedanke mich für zuschauen bei euch wir sehen uns in der nächsten folge wieder wünsche euch bis da eine schöne zeit schreibt was in die kommentare wenn ihr wollt und wir werden sehen ob sich hier was verfängt in diesem käfig und ja dann geht es in der nächsten woche weiter bis eine ruhige woche und